Du weißt es schon, ein Märchen einmal anders. Unterwegs, im Zug, im Kaffeehaus, auf einer Parkbank, in der Wiese. Hm, der Fahrzeug hat dazu, nicht hin, aber nach Irland. Nach Dakar, weil meine Schwester dort heiratet. Sag mal es, bei mir ist es meine Gitarre, das nehme ich mit. Ein Futterbrot. Nein. Rülpsen ist strengstens untersagt. Prinzessinnen ist es nicht erlaubt, sich die Haare abzurasieren. Sie müssen vielmehr darauf achten, ihr langes Haar täglich hundertmal zu kämmen. Bis zum nächsten Mal. Copyright Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.